Willkommen zurück zu einer Wanderrunde, TheCulling! Clur und ich sind wieder unterwegs und jetzt wird wieder gefickt oder Clur? Ja, bei der letzten Aufnahme, die wir äh, wann, 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 die letzte Aufnahme raus, ne? Vor zwei Tagen haben wir ordentlich gerult, so. Zeitverschiebungsphasenverschiebungssimulator aktiviert. Clur labert immer in dünnschüss, ne? Unglaublich, ey! Phasenverschiebungssimulator Bei der letzten, bei der letzten Runde war ich irgendwie ziemlich bad und hab nix getroffen. Irgendwie, keine Ahnung, immer wenn ich golden arm mitnehme, weiß nicht, dann zack ich Bälle. Das ist nicht so geil. Naja, wir gucken mal, wie es diesmal läuft. Clur ist nicht so weit von mir weg, das ist gut, das ist sehr, sehr gut. Wer ist denn mal mit einem Backpack? Backpack! Einfach mal einen Backpack finden. Ein Backpack hätte ich dann jetzt auch mal gerne, ne? Haben die das Speed erhöht, mit dem du diese Funk-Dinger aufsammelst? Ja. Ne, mal ehrlich. Wie? Oh, 35 Einheiten von mir entfernt, befindet sich eine gegnerische Einheit. Oi! Bei mir ist auch jemand Clur. Wer glaubt, der ist ein Mensch denn? Äh, 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 äh. Clur, what the fuck? Stirbst du? Alter, stirbst du nicht schlecht. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Oh, es sind zwei, oh, es sind zwei. Ich komme, ich komme. Das ist kein Team. Der ist gerade übelst ein Backstep gefasst. Oh, noch einer! Woo! Ich komme. Hey, bin gleich da. Chill deine Base. Chill deine Peps, Alter, chill deine Peps! Chill deine Peps! Ich komme! Au, schlick dein... Äh, au! Ey! Wee, 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 wee! Und, das noch weiter? Tschüss! Wee! 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 Ich finde wir, wee, 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 eh, da kommt der Nächste! Was wollen die alle von dir? Wee! Ich gehe an den Phasen-Verschiedmung-Simulator. Oho, Alter, der ist jetzt nicht kaputt Ups Pass auf, Klua Nein, Alter Du Nutte, Alter Pass auf, Klua, da kommt der, pass auf Kat Mosby, Alter Pass auf Oh nein, ich hab mir noch keine geschlagen Oh, noch einer, noch einer, oh mein Gott Lass uns weggehen, Alter, oder? Sicher Oh, die sind zu zweit, das ist ein Team Was? Ich hab einen Headshot gefressen Ich hab 30, ich hab einen Headshot gefressen Nein, 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 Alter Ja, Box ihn um, Junge, Box ihn um Uuuuuh Nein Mann, wie der immer blockt die Funde Komm raus Undercut? War das denn dein Undercut? Undercut, Alter, Uppercut mein ich Komm mal lieber raus da und nimm meinen Invald an, du Funde Ey, ich guck mir so an, so Ey, wie viele, waren locker sieben Leute jetzt insgesamt, oder nicht? Naja, die waren alle da Das ist echt heftig Das halbe Game, einfach mal da Ja, komm mal ran Vor allem, dann lauf ich auch noch weg, ne? Dann klingelt erst mal Hast du den Knacken gehört? Komm mal ran! Hat er mit den Headshot wie geht? Ja, hab ich gehört Du hast voll, dein ganzer Schädel ist, glaub ich, geplatzt, ey Einfach alles weggebrochen Oh, ich hab eine neue Hose Ich scheiße, ich leben, ach komm, wenn er mich mit dem Pfeil trifft, überlebe ich das Easy peasy tot Ja, Headshot halt, ne? Ja, ich glaub, ich muss die einpacken Einpacken Ich bin, neidings mit Golden Arm so schlecht, ey, keine Ahnung Ich muss was anderes mitnehmen Ich glaub, ich nehm wieder Utility Stealthy mit Und dann nehm ich wieder den Ninja Drop Ninja, wo ist er denn? Ey, wo ist denn der Ninja Drop? Da Und Perks nehm ich, äh Run with Knives, wo ist er denn da? Zack Nehmen wir mal wieder, nehmen wir mal wieder ein bisschen was anderes mit Irgendwie mit den, mit den Wurfwaffen bin ich gerade nicht on point Nicht ganz on point, nice Bevor man instant los tiltet, einfach mal die Perks wechseln, ne? Genau Ich brauch mal mein, ich glaub ich brauch mal eine andere Frisur Ne, das ist okay Body, ich brauch mal einen anderen Body Alter, erstmal einen anderen Booty Du gehst einen Booty, ich gehst einen Booty Eigentlich so ein Booty ist eigentlich am besten So ein schöner Radio, hier, so ein roter Ein roter Rotation Gibt's auch noch Hosen? Gibt's auch rote Hosen? Die Radioactive Shorts Alter, die sind ja übel sick Hab ich auch einen roten Mohawk? Einen roten Mohawk hab ich leider nicht Aber einen schwarzen Ne, der doch ist ein schwarzer Ich nehm lilanen Oder hab ich noch irgendwie andere rote Haare? Pink Oh ja Boah, pink, Alter Der pinke, übelste pinke Power Ranger Easy Wie das wieder so typisch ist, dass wir jetzt wieder ewig warten, ne? Kann ich noch was an meinem Head ändern? Gibt's einen pinken Head? Ich würde gerne was ändern Das ist doch perfekt hier Das ist doch perfekt Was gibt's denn noch? Baseball Caps? Ich weiß nicht Die anderen Sachen finde ich alle scheiße Weil du dann Es gibt einen pinken Cowboyhut, Alter I am Titanium Hast du auch einen pinken Cowboyhut? Titanium, ja So, jetzt So, jetzt Das ist aber schön, dass du mir das sagst, klar Ja So, dann wollen wir mal gucken Vielleicht kann der Klar ja jetzt doch mal was reißen Alter, ich hab so schlecht gespielt, gerade, ne? Ich bin Titanium Aber wir sind drei Leute Oh, nicht dein Ernst Herzen, fünf Sekunden Ja, kann ich mir vorstellen bei dir Du, Lauch Ich mein, ich bin ja auch ein Magnet für solche Gegner Ja, dazu bist du nur ein Magnet für Gegner, ne? Nicht für Frauen Oh je, dass wir so ein Anti-Magnet sind Ne Wirst du sagen, bitte blast mir keinen Und dir dann einfach ankommen, weil ich das nicht will Oh, Gott Please Alter, kann mich jemand erschießen, bitte Warum hab ich mir eigentlich den Sammler schon... Boah, ja, ich hab 3,58 Euro gewonnen Hä? Bist du bescheuert? Ja, weil das ist falsch mit dir, Klar Ich hab einen Javelin, ne? Ich kenn jemanden, der den nicht kriegt Hä, und wieso hast du 3,58 Euro gewonnen? Weil ich beim Gamblen gerade gestern den Wert von 3,58 Euro gewonnen hab Das ist ein krasser Fick-Up Ich komm mal zu dir, Mate Ich hab einen Man-Tracker Einen Tracker, ich hab einen Tracker, einen Tracker, Tracker Ich hab für dich eine Javelin, ne? Ich hab Run with Knives drin Alles klar, willst du die Javelin haben? Ich hab Run with Knives drin Alles klar, dann hast du die Javelin Ich hab Run with Knives drin, klar Alles klar, dann hab ich die Javelin für dich Auslandsweise, ne? So, eine Item-Crate Oh mein Gott Gut, ich würd sagen, wir haben die Runde gewonnen, klar Echt? Hast du ne Tanto-Knife? Nein, aber ne Impact-Nate Also ne Tanto-Knife Nein, aber ne Impact-Nate Bist du oben bei der Z-Coms? Bist du oben bei der Z-Coms? Bist du oben bei der Z-Coms? Du bist bei der Z-Coms, ja? Ja Ja Das geht 99 plus, easy Ja Ich kann hier bei der Pumpstation sogar noch was lügen, Alter Sick Ich will mir eigentlich ne Satchel machen Ich will mir eigentlich ne Satchel machen, aber irgendwie Gegner alert, Gegner alert Ich hasse das ja schon ein bisschen, wenn man ohne Dings startet, Alter, ohne Backpack 99 plus, Alter, wo ist der Pembler hingegangen Ich komm zu dir, Matt Ich hab wie gesagt ne Impact-Nate Okay Würde ich mir aber gerne aufheben Was war denn bei dir oder was? Der war da und dann ist er weggerannt Hast ne Pussy, oi Pussy Wie ungewohnt das ist mit Steffi zu spielen, ey Der ist alles so leise, ne? So psst Oh, es sind zwei Sie greifen sich nicht an Das heißt, es ist ein Gegner-Team Kommst du? Ja, ich komme Ich kann da ne Impact-Nate rein schließen Au Wenn das Für Oh Alter, ich weiß, dass da keine Impact-Nate rein Das ist auch hinter dir Au Ähm Hab ich nur noch 24 Leben hab Anhand meiner 24 AP will ich auf jeden Fall erstmal einen leichten Abgang machen Oh mein Gott, ich hab mich nicht getroffen Tschüss Ich hab mir die ganze Zeit her, weil ich so low AP bin, ne? Hihi Boah Nein, ich will mich abwerfen Mann, der blockt nur, Alter, die Fute Also Boah, ich muss mich heilen Hast du gerade auf mich geworfen? Ja Alter, jetzt bin ich beinahe gekillt damit Ich hab mich gerade auf dich geworfen Are you a male? Are you a female? Are you a female? Ich hab meine Impact-Nate übrigens geworfen, ne? Hab ich gar nicht gehört Mhm War auch gut so Hattest du den 90 geschafft? Ne, glaub nicht Der hat viel besser gefeiert als ich Na, ich weiß nicht, vielleicht hätte ich ihn auch gepackt, aber da waren wir unsicher Hab ich mir gedacht, komm, sprengst du den Ficker einfach mit der Nate weg Geh dich mal heilen, Mate Äh, sorry, kein Anschluss unter dieser Nummer Wie viele sind denn noch? Ich glaube, es sind noch zwei Einzelne am Leben Drei Einzelne Warte mal, fuck, es gibt nur noch ein Team Ja, der ist ja auch Ist ja ein easy game Ja, wir haben halt alles zerfickt gerade Mhm Oh, ein Tanto-Knife Oh, gib mir das bitte Nicht verarschen Ach, du hast selber Run with Knives, oder? Ja Ja, oder nicht? Ja, wo ist es denn? Willst du das nicht? Du hast doch selber Run with Knives, oder nicht? Ja Bist du irgendwie kacke? Wie viel Funk hast du? Mhm, 30 30? Ja Willst du dich nicht mal heilen? Ja, doch, gleich Alter, hast du nicht gesagt 30, du Affe? Ja, nachdem ich den Job hab Alter, ich töte dich, ey Geh dich heilen Ich kümmere mich um den Job Die Profis müssen sich nicht heilen Na klar, guck mal Nein, ich kann nicht hingucken Hast du es gehört, ja? Geile Knife Da kam das Knife einfach an deinem Rücken vorbei Ehrlich gesagt, das ist über meinen Kopf geflogen Sag mal, hier ruft doch jemand, äh, einen Airdrop Das höre ich doch Lass mich mal unterholen Oh mein Gott Es leben halt echt noch drei einzelne Leute Oh mein Gott Was war denn das? I am Titanium I am Bulletproof Nothing to lose Ich bin, ich bin Titanium Bin Kugelsicher Boah krass, warum hast du dich golden an und so treffensicher wie du bist Ich nehm ja auch eine Smoke, ne? Letzte Gru- Was? Von, von a gun? Oh Gott Warum haben die alle ganz immer die hässlichen Menschen Alter, wie die immer alle Schusswaffen benutzen, Mann Ah, ich hasse dat Ich hasse das, dass die alle Schusswaffen benutzen Ich hasse dat ja echt, dass die Schusswaffen haben, ne? Ja, das Schlimmste ist, dass die alle Schusswaffen benutzen, solche kacken uns, ich hasse das Ey, klar Ja Ja Ich hasse dich Ich hasse dich Du siehst du nicht, Honey Bunny Okay Kuscheln, dass du baut Vertrauen aus Alter, du kannst es nicht mal, ey Mach das dann weg, komms Ich gehe direkt hinter dir Alter, du bist so ein Homolord, ey. Sehr cool. So, was sagt der Man-Tracker? Was sagt der Man-Finder? 33. Oh, bei dir befindet sich eine gegnerische Einheit irgendwo. Oh ja, 7. Direkt über deinen Kopf, Alter. 2 sogar. Geil, das ist das Team, was wir jetzt noch richtig killen. Okay, das sind volle Homs. Man muss einfach nur blocken, die hauen auf den Block drauf. Hey, was sind denn da für Affen? Der drückt gerade so links links, aber beim Wegrennen drückt der links links. Das waren natürlich Vollidioten, Alter. WTF? Der drückt halt beim... Der läuft sogar weg, so. Ach nee, warte. Hier. Bandage. Hier eine Bandage. Ich bin viel zu... Viel zu good boy für dich, ey. Heißt du. Vor allem, warum haut der die ganze Zeit? Ich mein, haben die... Haben die nicht mal ein Tutorial gemacht? Ich mein, im Tutorial kriegst der wenigstens erklärt... Oh, warte mal, der Mitte sind Crates. Der Tutorial? Es leben noch zwei Leute, Claire. Sollen wir in der Mitte die Crates nehmen? Oh, der ist hier auch hier, der ist auch hier. Bist du sicher? Der Ficker. Der Ficker ist hier. Woran hast du das erkannt, dass er da ist? Oh lol, der hat eine aufgemacht, ne? Oh shit. Dann mach mal die anderen beiden auf, vielleicht sind die noch... Ne, der hat alle aufgemacht. Der ist hier, der ist hier direkt. Kannst du kommen, Matt? Ja, ich bin zu weit weg, man. Ja, warte, ich komm, ich helfe dir, warte. Es könnte schwierig werden. Oh, oh Gott, Alter, Alter. Der andere hat eine Gun, ne? Denk dran, der andere hat... Alter, das tut weh, Claire. What the fuck, Alter? Wenn der mich gleich killt, ne? Das war eine Pressnackel. Der ist da oben, irgendwo. So. Wir müssen straight to the top. Stelfi? Stelfi ist halt echt geil, ne, was das angeht. Ja, du läufst wie auf Schnee, wie auf Wolken. Butterweich. Doch weich. Er hat sich einen Top gerufen. Ernsthaft? Ja. Das bestimmt so ein Kommando-Loop, Alter, hundertprozentig. Kommando, Alter, ist wahrscheinlich ein Spot-Ding-Ruf. Ich hoffe, dass die Menschen alle sie fühlen. Ah. Da sind die Food-Schuhe. Wo kommt der denn hin? Ist der schon da, der Adolf? Jaja, der fliegt grad zu dem. Ganz hinten am Ende der Map. Aids. Aids. Ich bin Titanium. Mit Kugel sicher. Hab nicht zu bollieren. Ach Gott, ey. Ich hab keinen Bock, dass der mich mit der Schusswaffe umbringt. Ich komm auch mal mit zu dir. 99. Ohne Plus. Lass mal hier durchgehen. Hä? Hier läuft der Pink Panther. Der ist sogar Pink. Ich hab keine Ahnung, dass ich hier bin. Ja, dann chill. Warte auf mich, Matt. Lass den zusammen umbringen. Hm, der hat ziemlich viele Speer-Einheiten. Der hat nen Speer-Ding drin oder hat. Bring gleich da, Matt. Ich bin direkt hinter den. Der zeigt das einfach nicht. Er hat halt, äh, Exploselfand drin. Ey, wenn der wüsste, dass wenn er sich das umdreht würde, direkt hinter sich nen Ninja sieden würde, ne? Ich bin halt wirklich nur drei Einheiten hinter den. Alter, hier wurde ich nicht aus wegen Exploselfand. Ey, Kollege. Ich hab echt's einfach in den Wind geschlagen, damit er sich umdreht. Sonst rett er den weg. Warte, ich blende den, ich blende den. Der killt mich halt, ne? Seit ich gerade echt was killt? Der hat goldenen Arm drin, ne? Das ist ein goldenen Arm-Schwuppi. Oh, ich hab viel gemacht, Kloa. Echt. Ich hab viel gemacht. Jetzt hab ich dir leben lassen, oder was? Alter, ich hab 200 Damage gemacht nur. 200! Das ist ja nix! Oh Gott, ey. Aber der hat mir einfach 50 AP abgezogen mit seinem scheiß Sperrwurf, Alter. Mit einem Sperrwurf. Weißt du, ich lauf 200 Einheiten hinter den Heer mit einer Entfernung von drei Metern oder so. Und dann schalte ich einmal in die Luft, damit er sich umdreht und dann hört er das. Dann dreht er das jetzt um. Ja, natürlich. Wenn ich die Luft schlage. Natürlich hört er das. Gut, Leute, dann würde ich sagen, was du vor dir? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Haut rein!